Gude, heute gibt es etwas, was ich so quasi noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich ein Cola-Gulasch gemacht. Und ob das was geworden ist. Liebe Leid, das war ein Chaos. Das war... Irgendwie hat da... Ach komm, hört auf. Schaut einfach, ich wünsche euch viel Spaß. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Gulasch nicht so wirklich auf dem Speiseplan der Leute steht. Also zumindest habe ich so den Eindruck, dass es nicht so den Anklang findet. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Gulasch gegessen habe. Also das ist schon ein paar Jährchen her. Also habe ich mir gedacht, wir machen heute mal ein Gulasch. Und zwar kein ganz normales Gulasch. Nein, wir machen ein Cola-Gulasch. Und dazu brauchen wir erstmal ein paar Zwiebeln. Und zwar habe ich hier zwei große rote Zwiebeln. Wie soll es auch anders sein? Aber wenn ihr natürlich nur weiße Zwiebeln da habt, könnt ihr natürlich auch die nehmen. Ist gar kein Problem. Und die genauen Zutatenliste, liebe Light, ihr wisst es ganz genau, die gibt es am Ende vom Video. Und ja, ich weiß, ich nerve euch damit. Aber es gibt immer wieder Leute, die verirren sich neu auf meinem Kanal. Und die sind noch keine Abonnenten. Deswegen, liebe Light, wenn euch gefällt, was ihr hier seht und ihr seid neu auf dem Kanal, würde ich mich tierisch über ein Abonement freuen. Einen Daumen nach oben, einen lieben, netten Kommentar und vielleicht drückt da auch noch die Glocke. Und für alle anderen, ihr seid die beste Community der Welt. Und auch ihr könnt natürlich einen lieben, netten Kommentar hinterlassen. Ich freue mich natürlich über euch alle. Aber ich möchte mich nicht zu früh freuen, denn das Cola-Gulasch ist noch nicht fertig. Denn wir müssen jetzt erst nochmal zwei Knoblauchzehen klein hacken. Und wenn ich klein hacken sage, meine ich klein hacken. Die Stücke sollten nicht allzu groß sein. Die sollten halt klein gehackt sein. So wie ich das hier mache, das reicht dann vollkommen aus. Wer mag, kann natürlich auch das Ganze durch eine Knoblauchpresse jagen. Aber dann läuft da tatsächlich Gefahr, dass euch das Gulasch zu Knoblauchlastig werden könnte. Den Knoblauch gebe ich jetzt zu den Zwiebeln dazu. Und das kann jetzt erstmal da wohnen. Jetzt putze ich den Tisch, so wie immer. Und dann brauchen wir Lauch. Hier habe ich einen schönen Lauch. Das Grün entferne ich. Das brauche ich nicht. Das kommt auf den Kompost. Und ich werde jetzt die äußere Schale dann entfernen. Denn unten drunter befindet sich meist noch Erde. Und sollte da jetzt noch Erde dran sein, dann einfach so abputzen. Ich meine, ihr könnt es auch dran lassen. Dransterben werdet ihr nicht. Ich muss mich da immer dran erinnern. Quasi als wir Kinder waren, haben wir immer hier so Burgen gebaut und so Sandkuchen. Ja, das hat auch geknirscht beim Kauen. Ja, aber egal. Wir schweifen wieder ab. Äh, der Lauch wird jetzt runtergeschnitten. Einfach so grob runterschneiden. Schaut, dass die Scheiben nicht allzu dick sind. Und dann hole ich jetzt noch eine Schüssel hoch, denn der Lauch darf auch erstmal in einer wunderschönen glänzenden Schüssel wohnen. Mit dem ganzen Geschnippel von dem Gemies sind wir jetzt dasch. Das heißt, wir können jetzt gleich zum Grill watscheln. Den habe ich schon mal angezündet. Der kann jetzt vorglühen. So wie früher, bevor wir abends fortgegangen sind. Da haben wir auch vorgeglüht. Die Temperatur im Grill sollte ungefähr 180 Grad betragen. Jetzt habe ich den Gustopf in den Grill gestellt. Gebe ein bisschen Olivenöl hinein und lasse das Ganze ein bisschen erhitzen. Wer es klassisch machen mag, kann natürlich oben unten Kohlen hingeben. Wer also so einen Tisch hat oder gerne in der Hocke arbeitet, kann das gerne machen. Ich mache das nicht. Ich habe hier Rindergulasch aus der Keule. Das werde ich jetzt so ein klein wenig anbraten. Ich liebe dieses Sizzlen-Brisseln-Geräusch. Das ist, ich mag das. Das ist, das ist richtig gut. Gefällt mir. Dann mache ich jetzt den Deckel zu und lasse das Ganze ein bisschen vor sich hin schmoren, bevor ich die Zwiebeln dazu gebe. Natürlich geht das jetzt alles ein bisschen schneller. Das ist jetzt keine Echtzeit, ne? Nicht, dass jetzt einige denken. Die Zwiebeln und der Knoblauch kommen jetzt dazu. und werden quasi mitgeschmort. Natürlich wird das Ganze jetzt vorher erstmal umgerührt. Und liebe Leid, das riecht jetzt schon ziemlich gut. Und es ist ja eigentlich noch nichts passiert. Großartig, großartig, großartig. Dann geben wir jetzt noch quasi den Lauch dazu. Der wird nämlich mitgeschmort. Ah, großartig. Allein jetzt schon. Und wenn man das jetzt schon irgendwie so auf so ein Brot, ne? Mit einem Salat und einer schönen Barbecue-Soße drüber, könnte man es eigentlich so schon servieren. Rapante, rapante. Aber wir machen das nicht. Wir geben jetzt erstmal noch ein bisschen Tomatenmark hinzu. Tomatenmark ist großartig. Tomatenmark, das ist purer Geschmack. Das gibt Tinde auf dem Füller. Tomatenmark ist wirklich großartig. Das ist konzentriert. Das ist mega gut. Und jetzt sind wir eigentlich mit unseren festen Komponenten durch. Jetzt kommt, äh, jetzt kommen die flüssigen Zutaten. Und natürlich habe ich Rotwein dabei. Den kippe ich da jetzt rein. So einen guten Schluck. Dann ist die Flasche auch schon leer. Wenn ihr euch fragt, was mit dem Rest passiert ist vorher, ja, das erzähle ich mir nochmal. Jetzt verrühren wir das Ganze noch ein bisschen. Und dann geben wir noch einen halben Liter Cola hinzu. Welche Cola ihr nehmt, ist prinzipiell eigentlich völligst wascht. Aber ich sage es jetzt mal, dass die mit dem roten Etikett, es schmeckt leider etwas, es schmeckt halt besser. Es schmeckt halt besser als die anderen. Ich kann es halt nicht anders sagen. Und das ist jetzt keine Werbung für die Cola mit dem roten Etikett. Nein, ist es nicht. Wir verrühren das Ganze jetzt nochmal. Und dann geben wir noch ein paar Gewürze hinzu. Ich habe hier Salz, Oregano, Chili-Pulver, Pfeffer. Und das geben wir jetzt alles zu dem Gulasch hinzu. Und wer es bei dem Namen noch nicht erkannt hat und sich jetzt fragt, liebe Leid, was macht der denn da? Das ist doch gar kein Gulasch. Richtig, das ist kein klassisches Gulasch. Das ist, ähm, Spezial. Das ist Spezial-Gulasch. Das ist Cola-Spezial-Gulasch. Und wir würzen das Ganze jetzt mit unserem Pfeffer, Salz, Oregano. Und ein bisschen Chili-Pulver. Seid da vorsichtig. Macht so viel Chili-Pulver rein, wie ihr mögt. Da möchte ich euch jetzt auch keine, keine, wie soll ich das sagen, Mengenangabe. Mengenangabe ist das Wort, das ich gesucht habe. Geben. Würst einfach nach eurem Geschmack. Und dann kommt jetzt noch der Deckel drauf. Und dann wird das Ganze ungefähr bei 140 Grad geköchelt. Und das Ganze dauert ungefähr eine bis anderthalb Stunden. Und nach ungefähr einer Stunde und 20 Minuten ist dann unser Gulasch fertig. Ich habe die Temperatur vom Grill schon mal runter geregelt, damit es sonst nicht quasi komplett weg kocht. Und hier habe ich jetzt ein bisschen Petersilie und die werde ich jetzt klein hacken. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Petersilie. Petersilie ist das beste Kraut, das es gibt auf der Welt. Das macht einfach jedes Essen besser. An der Seite habe ich schon ein bisschen Brot vorbereitet, wie ihr seht. Wenn ihr aber mögt, könnt ihr natürlich schon mal Kartoffeln kochen oder Nudeln. Wie auch immer, was ihr halt am liebsten zu einem Gulasch esst. Jetzt nehme ich den Topf runter. Nehme den Deckel ab. Und dann verrühre ich das Ganze nochmal. Ja, das sieht großartig aus. Ihr seht, das Fleisch ist schon richtig mürbe geworden. Und ja, das ist richtig, richtig, richtig großartig. Dann kommt die Petersilie drüber. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal erzählen, wie oft ich in diesem Video großartig gesagt habe. Jetzt gebe ich noch das Brot hinzu. Und dann sind wir mit unserem Cola-Gulasch auch schon fertig. Und liebe Leid, ich bin mir fast sicher, ihr möchtet dieses Cola-Gulasch gerne mal nachmachen. Und damit ihr das könnt, braucht ihr folgende Zutaten. Ihr braucht Rindergulasch, Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Cola, Rotwein, Tomatenmark, getrockneten Oregano, Petersilie, Oliveöl, Chili-Pulver, Salz und Pfeffer. Und was soll ich sagen, liebe Leid? Nicht abschalten, ganz wichtig. Denn jetzt wird probiert. Hier habe ich jetzt das Cola-Gulasch und ich werde es natürlich probieren, denn man muss ja gucken, was man da fabriziert hat. Ich nehme hier so ein Stück Brot. Ich denke, Kartoffeln und Nudeln werden auch super dazu passen, aber schau mal erst mal. Haha. Da heißt. Ja, es kommt aus dem Topf. Klar ist da heiß. Ja, ich gucke jetzt mal, ob das was kann. Ich bin mir ja gar nicht so sicher, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber wir schauen mal. Oh. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das hat mit einem klassischen Gulasch gar nichts zu tun. So überhaupt nicht. Aber es ist mal eine andere Variante und diese Wespen, die machen mich wahnsinnig. Es ist eine andere Variante und es ist ziemlich cool. Es ist relativ süßlich durch die Cola. Und es ist ein mega Herbstrezept. Megagut. Auch wenn die Sonne gerade scheint, wie blöde. Aber wir haben tatsächlich jetzt schon, ich weiß gar nicht, was haben wir. Freya, was haben wir. Wir haben irgendwas fast schon Ende September. Und die Sonne scheint. Sehr gut. Großartig. Soll ich dir mal nachmachen, liebe Leid? Was würde ich jetzt noch sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Erzählt es weiter. In diesem Sinne, guten Appetit und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020